Hallo, da sind wir wieder. Wir fahren jetzt zum Einkaufen. Das ist mal die Umgebung. So, und das ist unser Inselflitzer. Ja, und so fährt Nord 29. Nein, Eingang zum Pelikan. Uwes Insel Mercedes fährt vor. Ah, ist das nicht ein schickes Auto? Und ab geht das Beet. Tschau, tschau, wir gehen jetzt einkaufen. Hm. Ja.